Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 17. September 2021. Wenn du in letzter Zeit etwas auf dem Herzen hattest, dann wird dich diese Geschichte interessieren. Die selbst ernannte Wahrsage-Profi-Karte macht so manche mit so genauen Vorhersagen Angst. Jemand namens Bubles sagte, sie sei von ihrer Exaktheit schockiert gewesen. Aber sie suchte noch während der Sitzung das Weide, als es so richtig unheimlich wurde. Die Sitzung bezahlte sie später mit einem Chat per Post. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Ich würde gern wegsehen, aber ich kann einfach nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Baby Schlaft schlaft. Der 17. September war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.